Unser Volk ist verstreut, wie Sterne in der Galaxis. Was sind wir? Wofür stehen wir? Als Mandalorianer lernt man nicht nur zu kämpfen. Du musst auch wissen, wie man durch die Galaxis navigiert. Auf diese Weise wirst du nie verloren sein. Ich gehe nach Mandalore, um Vergebung für meine Vergehen zu erlangen. Möge die Macht mit euch sein! Das ist der Weg. Etwas Gefährliches geschieht dort draußen. Und wenn es so groß geworden ist, dass man es nicht mehr ignorieren kann, wird es zu spät sein. Festhalten, Kleiner. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Steg rein. Steg rein. Untertitelung des ZDF, 2020